Welches Scheisse im Trixel Studio bringt es nicht einen wöchentlichen Aufgabe auszubringen? Vor allem wenn sie in Wochen dafür Zeit haben. Vor allem wenn sie immer die gleiche sind, einfach mit anderen Orten. Oder einfach einfach. Ich bin 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 einfach. Wenn du mit mir mal. Wenn du mit mir mal. Wenn du mit mir mal. Ja, Albin ist auch. Albin Mourinho. Aladin. Ah ja, kommt ja von Krimz oder? Wenn du mit mir mal ins Halle. Das ist echt. Du sagst, du legst und du hast eine komische Stimme. Ich verstehe dich nie. Ich bin normal. Leg ihn, du. Ich bin normal. Ich bin normal. Ich bin normal. Nein! Lecker. Die Monster Skelle. Lbé Ich bin megaマisch. Ich bin mega emmhörbar. Somehow du vielleicht besser bist. Bist du das Tryhard, würdest du sagen? Das Herz geht auseinander, ich hatte gerade ein Arm an meinem Ohr, um es zu landen. Wolltest du schon sagen, du hast die Witzbeste, oder? Ich würde eigentlich schon sagen, dein Herz probiert dich zu retten, davor das grössige Musik zu hören. Ah, jetzt schlägt der Wichser mich noch! Er schlägt mich einfach die ganze Zeit! Ich schlägt Lise am 6-9. Das Lise hat echt sein, wahrscheinlich. Also eigentlich kann sie gar nicht mehr, aber schon unsere. Das ist besser für dich. Für deine Gesundheit. Das ist richtig gut, hinter dir! Ich weiss im Fall schon nicht, Pano. Er prüft mich zu schlagen. Ah, Nico, hilf mir! Er fress den Ben! Er ist triggert! Er ist triggert, Ben! Er schwör, triggert mich, du. Das ist nur lustig, ey. Nico, help me! Ah ja, mit 30 KP. Er läuft mir einfach nachher. Ich stehe an den Bühnen, ja, ey. Oh, 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 oh! Maxi, ich kann ich help us, please! Ja, was? Merci! Es ist ein Antimates, Alter. Ich schwör! Sie sagen doch, dass ihr Probleme habt, Alter. Ah, komm! Ich bin die ganze Zeit, wo wir reden. Help me, help me, please! Also, was help me ist eigentlich wie er gesagt. Du hast ihm nicht gut gesehen, dass er dir helfen. Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Ach so. Wenn er sagt, ach, mit was mit der Axt? Äh, irgendwas. Da ist nicht viel zu tun. Du hast mir das ein bisschen genauer ausdrücken. Ah, fuck off! Von wo? Von vor mir. Ah, er fußt hier drüber. Alter, von vor mir, ich kann ihn genauer ausdrücken. Ja, ich glaube, wenn ich sage fußt vor mir, dann denke ich mich von hinter mir. Aha, wenn ich dann sage mit 30 Kp mit 8, dann kommt er wahrscheinlich... Dann hast du Full Shield und äh... ...eine goldige Heavy Shotgun. We are retarded! Ich habe keine Hins. Ich habe keine Hins. Ich habe keine Hins. Ah, die Klinik ist klar. Ah, ich habe noch keine AR. Ah, ich kann auch nicht, aber schuldig. Wei! Also, ich habe keine Hins. Ich habe keine Hins. Die 12. Jede 12 Mini. Me zu. Da, lecker, Mini. Dankeschön. Ich weiß nicht, ich habe einen Grau-In-Dreinschoss, wenn du die erwartest. Ja, nehme ich mit. Hast du aber nur noch einen? Ja. So, in diesem Scheißautomassen zwei fallen. Oh, ein Elektro. Einen elektrischen Stachel. Äh, Niko tut jetzt noch ein bisschen hinterlänglich. Ah, eine Nummer. Ist gleich. Jetzt geht es um ihre Kopf. Kannst du nicht mitnehmen, die Nummer? Ja, ich nehme eine Nummer. Ja. Oh, 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 oh. Dankeschön. Ben hat ein neues Mini-Hield. Äh, das sieht ja voll ungelootet aus. Ich tu sie hier hinwerfen. Das ist noch mehr Mini-Shield. Und noch ein Big-Shield. Naja, ich nehme sie einfach damit. Wo ist er daheim? Bei mir. Ah, da. Oh. Braucht jemand einen grünen AR? Nehmen wir ihn. Ja. Ja. Na, wohin der ist da. Wow, wow. Methu oder? Ja, zwar. Egal Methu oder Nico. Ich habe da noch einen blauen AR. Also Hash oder du rufst sie? Für jemanden. Ja. Ja, die grüne komme ich an vorher. Die Leute. Eben. Der Schlürf ist dann noch beim Ei. Irgendwo beim Eingang. Beim Ei? Oder was das ist, scheiße. Stein. Stein. Dem Ei. Alter, der sich das Hund gleit. Oh. Es sieht irgendwie nicht so aus wie ein Huhn. Wo ist die grüne? Beim Helikopter irgendwo. Ja, da bin ich. Es hat zwei grüne. Also die, wo ich halt drückt habe. Oh, hoi. Das gar lachs. Oh, das ist noch mehr Minis. Wahrscheinlich hier. Ja, mein Glück. Oh, ein grosser. Huhu. Kann ich nicht mitnehmen, sorry. Nimmst du einfach am Besten? Oh ja. Ey, der Pony regt so auf. Wir sind gay. Ja. Ja, wie er tut. Ja, wie er tut. Mit ihm all denjenigen zu. Ja, die ganze Zeit, er fühlt sich richtig krass. Mit einem Test verteilt. Oder irgendwelche Blätter, Alter. Ja, exer, Alter. Wait. Wieso verteilt er Blätter? Ja, halt. Wenn er in der falsche Reihe hockt. Sehr schuldig. Wenn er halt Baner ist. Würde ich alles auch machen. Pony hat meinen verteilen. Dann kommt er mal Hotschüsch, Alter. Ja, Mann. Ja, eh, Alter. Und dann... Ja, Alter. Und dann... Und dann... Und dann läuft er immer so richtig lässig rum, Alter. Richtig läscher. Und dann macht so... Richtig lustige Chos. So Chos. Hm. Alter. Würde ich sagen, er ist läscher. Würde ich sagen, er ist ein Wichser. Er ist ein Mist geworden. Würde ich sagen, er ist läscher. Aber... Wir können ja auch ein läscheren Wichser sein. Nein. Schade. Der läschere wurde so... Es ist einfach frem Wurz. Er hat dann von ihm eine positive Eigenschaft. Er ist fett. Ob er eine hat? Nein. Nein, aber läschere eine positive Eigenschaft ist. Weil er hat sie offensichtlich... Nein, aber es ist... Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an, ja. Kannst ja auch läschere auf den Arbeiten ziehen. Nein. Ist ja auch ein chill-regulierer. Aber weisst... Ich würd schon... Ich würd schon... Ich würd schon mal behaupten, dass es... Pony läschere ist, oder? Nein. Der Pony ist nicht ein läschere. Aber ungefähr so dumm wie einer. Ein läschere. Ja. Für das, dass er beim Freon zieht. Ha! Ja, er hat es eigentlich gar nicht. Nein. Also ich habe schon zwei gesehen. Du warst auch schon zwei? Ja, zwei. Zwei. Was ist das? Wir haben ja vorher schon nie... Oh, eine ist von hinten. Da kommen sie doch. Sie sind unsere Freunde. Ja, Freunde. Von YouTube und Twitter. Ja, Freunde! Freunde der Familie ist fest. Jungs! Alle drauf! Ja, ja. 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 Na ja. Ja, na ja. Ich kann es fast darauf wetten, dass sie auf dem Loch kamen, obwohl sie gesteigen konnten. Tschüss! Ja, Nico! Man sieht sich! Oder auch nicht! Da habe ich auf jeden Fall Leute gesehen. Ah ja, das ist nur noch ein paar Stunden. Oh, ich komme vom See irgendwo. Nein, ich komme vom See, von näher, von der Barraka, glaube ich. Ja, ja, da ist das Mäcki, da kannst du gerne snacken gehen. Und innen, oder wo? Nein, einer pusht mit einem Stein hinter mir hoch. Ich komme zurück. Ich sehe mich nicht. Zwei kommen. Das ist, glaube ich, schon gut. Sie sind, glaube ich, Nubs. Ich will eigentlich nur das Mäcki hier hinten. Hey, Alter, jetzt sieht er aus, oder was? Ja, der hat mich schon lange gesehen. Alter, ich habe mich versteckt. Er hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Jetzt hat er uns gesehen. Oh mein Gott. Shut up. Guck in Niki, bitch. Er muss in der Vorbescheid. Oh, Jungs! Nein, er finischt mit! Ah, von wo? Sniper von weiter hinten. Ach, schade. Jungs von weiter hinten, hinter. Ah, sie finischt von irgendwo hin. Ah, ja. Es ist noch eins hinter uns, und auch Dati und noch von der anderen Seite. Oh, oh. Draperina. Wo ist das Lebergeist? Leber, nein. Schiessen. Oh, no. Jetzt fluchte es, wenn sie wieder 30... Ah, er hat dich gar nicht kaputt gegangen in die Wand. Ich ging gar nicht check, dass sie auch noch da sind. Ja. Ist er gerade schon. Schade. Alter, er betrifft schon Wicks, Alter. Hintet. Hintet, der schacken Wicks. Oh mein Gott, der ist zu sehen. Ah, hinter mich hinter, 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 hinter. Ah, er fliegt! Ciao, Bass, Alter. RIP Info. Also, ob er nur 13 Schaden genommen hat. Hast du das gerade richtig gesehen? Poushou Band Holster. Oh, ey. WTF? Oh, no. Ja, Ripper Rooney, Alter. Jetzt hab ich mich aufgeholt. Direkt gefinischt den Wichser, Alter. Ich kann ja auch noch die fette Hau, Alter. Ach, sorry. 1HP, let's go, bitch. Niener Hit, Niener Hit. Let's go, Jungs. Ja, let's go, man. Niener Hit sind stolz auf mich, Mann. Hättest du als X-Man Lust. Was hält genau? Ah ja, das hätte ich mit Niener Hit gemacht, oder? Hättest du noch mal getroffen, Alter. Ich hätte gar nicht drauf. So, Jungs. Probier den Scheiss mal aus. Die Hats-Mini sind sehr wichtig. Ob auf 23. AIEEEE! Mä, du willst dir mal 3 ins Bett? Einmal umschaffen. Mä, du hast Bruch-Komplichtig. Warte. Warte doch mal. Ah ja. Wie weißt du? Hast du auch immer 4 Tage ins Wochenende? Ich weiß nicht. Ah doch nicht. Ah warte, hast du immer 2 Tage von der Schule. Ah warte, ja. Ah warte, ist Schule wie Wochenende? Ah ja. Ja. Ah ja, ah ja. Also kannst du ausschlafen. Und ja. Kannst du den ganzen Tag im Bett chillen. Oder mit deinen Kollegen so. So den ganzen Tag machen. So den ganzen Tag machen. So den Freizeit draußen. Ja, kann ich bis zu meinen Kollegen machen. Aha, die Schule. Ah, super cool, Alter. Ja, in meiner Schule, wenn ich nicht geht und lehre die ganze Zeit Matheaufgaben rechnen. Ja, zum Glück kann ich das nur eigentlich. Wir lehren da nicht Matheaufgaben rechnen. Ah yeah. Ah yeah. Okay. Habe ich das Französisch gehört? Ja, das ist flissendig. Ich habe mich nicht erwacht. Du bist doch dann voll nur Matheaufgaben. Dafür haben der Matheaufgaben gemacht. Ja. Du wirst nur noch einmal. Ah, das ist Französisch. Das ist doch kein Tod. Das siehst du. So macht er ja gar keinen Haxen. Wie heisst das die Französisch- Die Französisch- Die Französisch-Game-Plattform, Alter. Die haben mich immer in den Morgenthaler gemacht. MLG. Nein, bist du behindert, Alter. Aha. Aber das ist allgemeine Lernplattform. Ja, ich kann schon englisch machen, stimmt. Quizlet. Ja, Mann, Alter. Französisch-Lernplattform Quizlet. Es heisst Quizlet. Es heisst echt so, Alter. Quizlet. 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 Doch, Süd-Französisch. Es heisst... Nein, sagen wir auch Quizlet. Es ist auch Quizlet. Es ist auch Quizlet. Es ist auch Quizlet. Gar keine. Ich habe nur einen Sniper. Schon gut. Ich habe ein präzises Jagdgewehr. Und äh... Ein Night Launcher. Ich habe auch ein präzises Jagdgewehr. Oder ein präzises. Ich weiss nicht. Ehm... Ehm... Einen gegen Nazi. Ein Firebomber. Für den Handy kassiert. Er hat aber ein Shield. Ich glaube, ich komme da mal nicht in den Kampf. Wegen... Ich kann nicht. Ich brauche zuerst nur eine Waffe. Es wäre angenehm. Nico? Ist dir alles okay? Holst du ihn? Ja. Hat er vielleicht noch eine Waffe für mich gemacht? Ja, Nico. Ah, das ist meine. What? Hast du gerade gesnapt? Nein, nein. Ja, ich warte. Nicht. Hat er aber ein 50er Shield? Im roten Haus hat es vorhin noch 3 Gegner gehabt. Ja, ich nehme ihn. Ah, nein, nein. Ah, die sind jetzt nicht mehr im roten Haus tatsächlich, sondern vor uns. Ja, ich habe vom Berg aus geflogen. Also ich bin verwickelt in ein... ...Strausses Fight. Hä, wo sind sie ganz genau? Angehitert bin ich jetzt. Hinter dem Auto rein. Hat jemand Heals? Welche Person steht hinter mir? Nippon, wo haben sie Heals? Ja, wahrscheinlich. Nico, hinter dir. Sorry Matsko. Hast du auch noch ein paar Aerschüsse? Ich kann 6. Ich habe eigentlich gar nichts im Fall. Alter, was wollt ihr? Pisset euch! Darf ich irgendeine Waffe haben von dort? Nein. Ist doch gleich. Oh, nice. Was ist jetzt zum AR? Ähm, kann man über AR Muni gehen? Jetzt kann ich mich alle mit den Shotgun halten. Hat jemand AR Muni? Hat jemand ein wenig Explosiv Muni? Ich habe nur 6.9. AR Munis. Danke Steffi. Hast du ein wenig Explosiv Muni? Nein, tut mir leid. Ich habe zwei Schüsse da. Von wo? Schüsse. Wo? Ah, vom Berg. Vom Berg, ja. Ja, genau. Ich habe doch gewusst, dass die von dort geschossen haben. Ja, zwei. Ein Stani. Drei, drei, drei. Ein Flügel. Drei, vier. Ein Flügel. Ein Flügel. Ein Flügel. Einer. Pow, Headshot. Das ist One Shot. Oh shit, Alter. Er hat den Turn gemacht. Er finischt. Er ist so One Shot, der hinter dem Nico ist. Let's go. Let's go. Ah, ich habe die Muni nicht mehr. Du brauchst den letzten von denen. Hinter dem Baum. Ah, ja. Ich habe nur angekettet. Ohhhh, die ist fuhr geil gewesen. Schöne Jungs. So muss das sein. Nein, so muss es nicht sein. Aber fast so. Ja, fast so. Ja, fast so, hä. Ah, das ist die Jagdwech. Ich kann jetzt da auswechseln. Jetzt bräuchte ich auch an. Er muss nicht. Wäre ich verdammt. Ah, ja. 21 Schuss. Kann schuss. Kann schuss. Ich habe einen Schuss. Entschuldige sie. Da. Und da. Das sollte eigentlich aufteilt sein. Ach so. Ist das nicht passiert, oder? Ist das nicht passiert. Ist das nicht passiert. Habt ihr noch Rockets, Muni? Nein. Ei, ei, ei. Rockets, nein. Ich habe vorher nicht für euch eine Jagd gewirrt. Der Franzose. Nein, nein. Nur der Franzose ist einfach kein Instagram. Ich schwöre. Hat er keinen? Nein. Nein. Aber er fängt jeden Tag drei Bitches. Und er hat keinen anderen. Ja, er hat drei Sex-Friends. Und die Friendzone kommt. Die Freundin ist die Sohne. Hat er etwas darauf gesagt eigentlich? Er hat gelacht. Er hat nur gelacht. Willst du noch jemand sagen, dass er gelacht hat? Er hat gelacht. Er hat gelacht. Er hat gelacht. Er hat gelacht. Hey, Noah schau mal da. Noah schau mal da. Noah schau mal da. Noah schau mal da. Weisst ihr was das für eine Mode ist, Jungs? Das ist der Yeet. This shit empty. Nicht von dem Video. Von dem, wo so ein kleine 15-Jähriger so am Rappen ist oder so am Roasten ist jemand oder so. Er ist mit dem Brüllen an, das ist ein bisschen fett. Und dann macht er plötzlich so den... den Rauf an. Der Swerf. Safety first, oder Stefani? Absolut. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Ich glaube, ich habe nicht alle meine Ahrschissen gebraucht. Ja, zum Glück, Alter. Hey, in letzter Zeit sind bei mir immer alle Sachen unsichtig. Äh, unsichtbar. So Items, die ich droppe, die sind immer unsichtig. Die sind aber auch unwichtig. Ja. Weil ich droppe mich sogar nicht. Ich habe einen Trampo, Digga. Interessiert mich ja weniger. Check Nazis bei 33. Jetzt ist man Baba snipest. Er ist viel zu euch angesetzt, also. Er ist hinter dem Baum. Oh, oh. Ich bin ein Geistgewirr. Wow, ich habe einen Blatt geballt. Ich bin ehrlich, ich habe einen Blatt geballt, oder? Nicht so wie der Pinkel da vorne. Auch Pinkel haben Gefühle. Nico, schaust du mir zu, oder? Rendi. Wieso nimmt das eigentlich immer so wundersch? Ja, bin ich schon ein bisschen nervös, wenn du mir zuhörst. Ah. Du hast viel zu hoch, Noah. Hey, nein, du. Der dritte Strich nimmt er für etwa 100 Meter, du. Jetzt muss ich ja schauen, du musst alle vom Anzeigen. Oh. Oh, oh, Anzeigen, oh. Mach das Smurf-Matz gut. Ah, das ist Ben. Wir haben den gleichen Skins. Das ist grün. Ich komme, der Ben hat die ganze Zeit durch das M.O. gemacht, Mattu. Oh, GG. Was? Jungs, komm doch. Schöne, geh mal. Ich habe keinen Gletscher, ich komme nicht drüber. Ich bin nicht drüber. Ach so, Digi. Ach so, Digi. Ach so, Digi. Ja, Mann, rechts noch. Nein. Baut doch! Ja, Mann, rechts noch. Ja, Mann. Und jetzt peaken noch ein, ich will kill ihn. Ja, so geht das noch. Ja, ich bin drinnen. Ich weiß. Jetzt nimmst du den Rocket Launch auf, probier dich aus, dass du jetzt sie lassen und dann merkst du, dass du den Ball schiessest. Oi. Es ist eigentlich der Matz gerade tot tot. Weil die einfach viel gefinisht haben. Ey, ist das gerade so... Nur, wenn ich einen Klatsch kommt zu haben. ...jumpatze. Ui. Ja. Ja. Glaubst du stehen? I want to go outside. I want to go outside. Mach's bitte wieder zu. Ja, sonst wird's da fast ein Snack. Ich weiß nicht, ob's da irgendwo Heals hat. Helz. Helz. Nichts Medikit. Nein, ist unnötig eigentlich für 3 HP. Ach, ich hab's jetzt gebraucht. Triebitte. Ich hab ein paar Bandages gefunden. Die tun's auch. Oh, eine blaue M4. Nimm mich an, Digga. Bist du mir stupid? Ah, stupid. Ne, 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 der gehört schon mir her, ne. Bob ist wohl im Lauf, ich bin zu stupid. Die ist da. Disrespect. Wie viele Schüsse hast du? 7. Jungs, ich denke, man kann in Ville von uns einmal raus hauen. So in Fortnite. Ach, nein. Das geht nie. Weil die Banane und so in die Luft rühren. Nicht all die mit den Dancers denken. Nein, das geht nicht. Nein, nein. Das geht safe für ihn, nein. Bei den Dancers habe ich ja gesagt, aber bei denen, was du sagst, nicht. Das geht safe nicht. Nein, nein. Ich sage, irgendeine Stadt schon. Aber da wahrscheinlich sind wir nicht mehr so am Stissel. Ach, ach, ach. Ach so, boah. Wenn es mir erwacht kommt. Wenn der Mensch ein Tausend Jahre alt. Dann habe ich eigentlich auch gerade so überlegt. Weisst du, bis wir erwachsen sind, haben Menschen schon Sachen erfunden, dass wir unsterblich sind. Und dann gehen wir erstmal alle eine Banane gut killen. Wer ist sie? Hey, Junge, wir können sie sehen. Wer ist sie? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, das ist ja April. Ich habe gesagt, du hast nichts gesehen und du hast nichts zu können abgehauen. Oh ja, ich habe einen. Ich habe einen Band abgehauen. Nein, drei oder vier. Ja, wir sind fertig. Wie ist die Zone? Ich bin jetzt drin. Ah, schade. Lick, Lick, Lick. Lick, ich habe mir einen Blick. Nur eine Zone kommt egal. Aber nur eine Zone kommt egal. Aber einfach so. Oh fuck, ich habe gar nicht meine Schotten in der Hand. Oh mein Gott. Ach so, die Zerstörung wird nicht bauen. Ach so, die Zerstörung wird nicht bauen. Das ist schlimmer Guy mal. Ich habe schon gedacht, das war jetzt mit den Famas. Nein, ich mache lieber ein bisschen Dany Lüttrich. Ich gehe lieber an das Dany Konzert oder das Dany Konzert. Ich habe eine Schnur, Mads Koniewitz. Ich will auf alles. Der Flow ist auf jeden Fall am Start. Alter, was ein Rhyme. Medic und die Zerstörung ist gut. latter langweilig fang, fang, fang ich komme als zettenschmein als sah ich nur pleysen pleysen die schwager pleysen ist schon geil Alter, weisst du wieviel hat der Nikkeli geschafft, ehe in diesem Muren-Test, Ben? Nein. Was denkst du? Also welcher Test? Wie meinst du geschafft? Der Brugg-Test im Turnen. Ah, nein. Rotmal. Länger als du? Nimmst du die Rotnote oder die Zahl? Was gibt es 60? 160. Ehe, das war wirklich schlecht oder wirklich gut? Äh, er hat... Du hast ja 80. Eigentlich bist du zwischen 50 und 60. Ah, obwohl er eigentlich voll zu dir ist. Ja. Ist halt gut in den Ball fallen. Richtig ja Bossert, Alter. Ja, aber er ist schwarz und richtig geil, sehe ich. Er ist richtig social, aber er sagt nie wirklich viel. Das kannst du leider nicht sagen. Nein. Er spricht manchmal auch nicht zu viel. Auch wenn so andere Jungen sind. Er labert zu Tod, Alter. Und nur mit Scheiss, Alter. Weil ich absolut Minus interessiert. Ja. Es kommt eigentlich keine Kugel nur. Wir kommen ja auch nicht vorher. So. Ich klappe ihm schon etwas an. Da unten hat es noch mich. So eine Wichser, Mann. Ich wollte einfach wegsecklen, Mann. Wo ist denn das? Bring on a trip to my favorite rocket ship. Da unten hat es noch zwei im Ding. Danke, Stefano. Jungs, brauche ich Hilfe. Bis an dich kleben. Oh, sorry. Stefano, machst du Stefano Move? Oh mein Gott, du bist das auch okay. Wow, was macht er nicht mehr? Oh, hast du Stefano Move gemacht? Oh nein. Nein. Stefani! Lil Bow, Stefano, brennt nur. Dann passiert alles aber nichts. Close one, close one. Hast du Hälsys? Ja, voll. Ah, nein. Echt nicht, oder wirklich? Echt nicht. Du bist nicht... Ah, Gagler! Bei mir ist ein... Das ist ein Monster, Jungs! Das ist ein Monster! Das ist ein Monster! Passt du auf das Biesteuch! Ist das Monster wohl noch nicht? Ich kann mal einen Headshot geben. Aber der Wahl wird es doch nicht so gut drin denken. Wussten wir mal. Egal, jetzt schaffen die Challenges wegen mir. Ja, Alter. Die ist schon von 2014. WTF, Challenges sind ja gar noch nicht gut. didn't have to do it, äl. Und enjoyment. Nein, nein, nein. Was lachen du so blöd? Ihr zieht mich doch einfach. Noch eine. Heiliger Sieg, warte schon. Hast du noch eine? No, yep. Ich bröjde jetzt auch... Hellals. Hahli, sekis. Hörst du das paar Hellals? Ich? Nein, merkst du. Nein, ich hab kein Hellals mehr. Das ist doch Haram, dass du kein Hellals hast. Das ist Hellalte. Ich bin zu Allagübetten, dass es uns ein paar Halals gibt. Hier hat es wirklich kein Hellals. Haram? Tatsächlich nichts. Bei mir hat es noch ein Tarer. Das habe ich gesehen, Matei, was da oben liegt. Ja, das gehört auch mir. Sicher Hellals. Nein. Hier baut ein Gegner BN etwas ab. Ich glaube, er baut seine Pies ab. Nein, er ist ein Baum. Denkst du, er hat Hellals oder Hellals? Einer baut sich aufs Rotenhaus. Ist er Halal? Nein, Haram. Das sollte ich machen. Kill the beach. So, jetzt finischen wir. Dann schauen wir ganz schnell. Ah, vor rechts, vor rechts, vor rechts. Wo ist der dumme Pinku? Wo ist der dumme Pinku? Einer von uns. Oh shit, er ist genau bei mir gelandet. Oh Jungs, jetzt wird es gerade ganz kritisch. Achtung, hinter dem Baum, noch hinter ihr. Nur irgendwo hinter ihren Wand. Nur irgendwo hinter ihren Wand. Nur irgendwo hinter ihren Wand. Ja, Mann. Geil, er finischt mir. Typisch Ben, Alter. Also so ein Dennis-Gimm. Weisst du? Kann ich dir noch helfen, oder soll ich einfach wieder weg? Nein, komm bitte. Ja, schau, wie lange er noch hat. Er wollte ihn mal berühren. Hahaha. Das geht mir, Alter. Ich habe mir schon weit gelaufen. Ich schwöre. Ich schwöre. Es hat uns auf 20 Meter geholt. Ich schwöre. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ist doch nichts passiert. Das ist so etwas von einem schlechten Spieler, oder? Äh, E-Nooks einfach nicht. Aber ich glaube schon, dass E-Nooks sind. Aber ich glaube schon, dass E-Nooks sind. Aber ich glaube schon, dass E-Nooks sind. Ich stehe nicht mit dem Schöller durch. Ich glaube, dass E-Nooks sind. Ich glaube, dass E-Nooks sind. Jetzt sind sie einfach D-Nooks. Ich gehe einfach rein und sterbe. Also, kill sie einfach. Ich glaube, dass du den Kasten kannst. Bamm, Alter. Ja, Mann. 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 Oh mein Gott, die Matrix. Schau dich an, Alter. Ja, ja, Ben. 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 Oioioi. Cucubre, Alter. Die Scheißerchen sind alle geholt, Alter. Richtig hässig. Richtig, richtig hässig. Ehhhhh. Ehhhhh. Er findet den Tanzzettag 1 immer noch gleich lustig. Jaaaaaa. Hahahaha. Habe ich gleich gehört, wo er fährt. Ehhhhh. 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 Ouhh. Ehhhhh. Oh, wir gehen. Oh. Oh. Leckerli. Ooohh. Doe doch noch nicht in die Stanz. Tommenein, ich dur beim Läggen. Lass! Oh oh. Hello, mein Freund. Uuuuhh. Fuck. Fuck. Let's go! Benno, Benno. Oh, was die Strecke? Oh! Haha, Pede. Fins ist noch, Legit ist noch! Oh! Äh! Ah! Boiling! Zone, mein Freund! Ach so, Digi! Ist nicht so weit! Schau mal! Ich will dir etwas Goldiges für die Aufsammlung! Ich glaube, es ist mein RPG oder ein scheiss Schalldämpfer! Schau mal! Ist es ein Pistol? Alter, hast du es nicht von dort gesehen? Oh, ich habe einen Scope! Ich schwöre! Oh! Noch mal einen! Achtung! Zwei! Wie sie ihre Zunge am Schluss fliegt! Oder ihr Dick rausgekickt! Rechts! Zwei nach rechts! Ja, nur einer! Na, kommt noch ein Blauch ab! Ach, die Achtung! Was sind die Team-Mates? Try-Hards! Ja... Aber kannst du den Gumpeln reinholen? Nein, nein, nein! Lass einfach mit ihnen mit! Der Gumpelt nicht mehr lang, Alter! Lass einfach mit ihnen mit! Ja, zwar... Ja, die Blaumütze könntest... ...einig lohnen, weil die ist am Schluss ein Easy-Snack! Eben! Darum hättest du dich anders holen! Lass einfach, als ob du zu ihnen gehörst! Jetzt könntest du... Jetzt ficken! Der Astronaut! Ich habe einen Slipo! Okay, das hat der Astronaut... Äh, Pflügel, oder? Ja, hat er! Mhm! Okay, das ist ein Try-Hard! Jungs, habe Angst! Oder einen Brenton L! Bin ich so hochgeballt? Ja... Ja... Ja, okay... Mittleres Mass! Mittleres Mass! Das ist ein Schöner gewesen! Ich hätte schon ihn treffen können! Er hat es getroffen! Ich weiss... Jetzt musst du auch... Ja, dort unten! Ja, ist perfekt, Alter! Oder nein, nicht perfekt! Doch, schau! Er hat eine Blaumütze geholt! Alter! Hast du gesehen, wie er sich zubaut hat? Oh, da drüfen! Du hast richtig schön reingeschossen! Du bist zwischen den Türen! Ja, Mann! Ah, warte! Sie hat gar nichts gebaut! Ah, schade, Alter! Ja, finnest du ihn, Alter! Ja, warte! Ja, warte! Ja, warte! Achtung, dort rechts! Ja! Nein! Nein! Das ist ein Böse hier zu sehen! Achtung! Oh, was schweiß ich? Der hat keine Ahnung, wo du bist! Ah, der muss einen Berg schiessen, Alter! Und sieh ran! Jetzt kann ich das abgehen! Ach, ich schwöre, Alter! Hallo, 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 hallo! Ist das jetzt noch ein Klaren? Ah, die Sonne ist noch einer! Sandseckl! Ja, super! Hallo, hallo, hallo! Er wird überwürdig erpuscht! Ja! Bauf, bauf! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Links, links! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Wenn ihr alle etwas sagen könnt, absolut Errohung in meinem Kopf! Wie durch ist dein Herzig? Wir sind schuld, Jungs! Ich schwöre! Hast du das Gefühl, ich habe ihn nicht gesehen? Aber wenn der oben über die Türe läuft, was soll ich machen? Kommt rein! Dann ist der andere hinter mir! Alles klar! Ja, wenn ich mich dann kommt rein! Ayo, wer ist der hinter mir? Sobald kannst du dich einfach hochbauen! Ayo ist sehr Pro! Das nächste Mal tust du einfach zu Gott betten! Der Montana Black sieht schon wohl lustig aus! Junkie! Hey! Er sieht ein bisschen aus wie so ein Drogenabhängiger! Heiko! Alter! Ich habe ein Video gesehen von 3 Fragezeichen! Hehehe! Er ist zu heiss! Hmm! Können happy muss auch mal sein! Ich wollte mir find die Line irgendwo irgendwo in den 3 Fragezeichen Hörscheiss! Missgeburt! Er sieht aus wie ein Drogenabhängiger! Ja. Fick Baba Bubu Jackson. Der Montana Blackschirm ist im Kopf eigentlich schon noch absolut 10. Fick Baba Bubu Jackson. Aber auf der anderen Seite hat er ein Leben, also hat so viel erlebt als aber 50 wäre. 90 Alter. Ich habe einen halben Gang, die ich so jetzt bekomme. Niko, kannst du noch die Real-Life-Story aus dem Real-Life-Story-Generator mit dem Baseballschläger aus dem Ärmel ziehen? Ich habe meinen Großhörter geklaut. Also, letztens bin ich so rumgesplappt, ich bin zu 30 Jungs gekommen, habe ich so meine Mini-Gun aus dem Hosen ausgepackt. Also meine Rissenhosen. Nein, nein, halt Hosenhosen, auch Hosenabschloss, weisst du? Ah, ja. Und jetzt habe ich alle weggesprayt, ich habe nur einen Kugel für alle. Ist denn das ein successfuller Real-Life-Story-Generator? Alter, was für ein Generator, Alter. Matze, kannst du jetzt das Haus? Gehört das Haus dir? Nein. Ja. Boah! Gut, wir regeln sein Fest, das Witz wird mehr. Frag mal Niko, in welches Haus ich immer gehe. Der kleine Roten. Ach, sorry. Ich würde nicht sagen, dass das Haus klein ist. Ach so. In meinem sage ich gross. Ich habe keine Waffe. Aber du nimmstens ab und zu mal den Flüchtling auf. Ja, sorry. Weil es so gross ist. Hey, bin zu fressen Noah, du bist fett und gib mir eine Waffe, du Schwuchtel. Ich habe nur eine. Ich hasse den Noah, er nimmt zwei Waffen auf und gib mir keine. Ey, Noah ist bald nicht mehr lustig. Ist halt echt nicht mehr lustig. Noah, du mal normal. So, ich gehörst mehr mit dir. Alter, Noah. Ich, 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 ich. Ich will es aber nicht mit meiner Mutter sagen. Nein, bitte nicht Mutter sagen. Ja, hör auf. Ey, Matze, geh gar nicht alle Hüsen losen. Hey, fressen Ben, du bist eine fette Missgeburt und deine Mutter könnte vergewaltig sein. Spass, chill. Gehe ich auch. Sorry, das ist so viel. Es ist schon ein wenig für den Spass. Chill. Ist schon wirklich viel gewesen. So gut, ich gebe dir jetzt keine Waffen. Ich habe eben schon drei, aber schon gut. So gut, ich habe mehr als drei. Schön für dich. Ich habe schon drei geschaut. Drei gut eins. Ja, eben. Wo ist er frei? Nein. Der vier ist. Ah nein, solide Shotgun nehmen, lieber. Aber hör ich mir noch einen. Ja. Nichts mehr. Nichts mehr. Baba Looting. Oh! 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 Oh no! Oh! Oh no! Oh no! Schon sah irgendwas extra hinwegungen. Dieser salvweif steam näher. Ich nehme kein Material nur ohne Probleme. Das ist kein Problem. Dann muss ich selber schauen, nicht? Nein, ich habe nicht mehr Höhen abführen! Hahaha! Nix, ein Tier! Sie ist leckeres. Oh mein Gott, das Alter! Hat jemand eine zweite Schare? Oder Pampu? Oh, das ist ganz schlecht. Da kommt ein Mettel nach vorne. Da kommt ein Pampi. Also, ich habe ein richtig präzises Jagd-Währen, wenn ich das will. Juck und noch! Ein Revolter ist schon mal ein bisschen in Schocken. Hahaha! Das ist gar nicht lachen, Ben. Ah ja, du kommst nicht drinnen. Hahaha! Niko, unsere Mates machen Scheiss-Dreck! Niko, unsere Mates machen Scheiss-Dreck! Niko ist ja auch da! Hahaha! Er hat schon vorhin gerade losgesagt. Kannst du denn du raus, Ben? Oh, bis zum Jahr! Jahr weiter! Oh mein Gott! Jungs, chill doch mal! Ich komme jetzt mit dem C4! Und jetzt? Hahaha! Ich habe schon Material zurückgekommen. Mann, ich habe zu lange gesehen. Ich komme nicht aus dem Haus! Hey! Wow! Was geht denn hier ab, Alter? Ist was? Das bin ich zu hartst lange im Sack. Hä? Nein, genau! Oh nooo! Schnell Jungs! Haha! Geht ins Bitch! Nix! Nein, wo ist er?! Nein opened! Hei! Jaят, höf! Hör auf! Hör auf! Hei... Da ist gleich einer von mir! Ja ist ja von unserem attend! Eh doch. Aw doch. nicht, oder? Nein, Niko, mach das nicht, du gehst nicht runter. Nein, Jungs, kann ich nicht zubauen, komm raus. Just like this. Ja, man hat schon einbauen, geiler Typ. Ich kann den Trappen, Jungs. Jungs, ich habe fast kein Material, ich muss auch noch einbauen. Schlimmer, geh mal. Oder dreimal. Läge doch nicht auf den. Ich schwirke richtig den Samenzug und habe gerade Waffe dran genommen. Schmier doch dich, was du machst. Nein, nein. Wir sind ja eigentlich ein paar Waffe, ich habe nur eine Chance. Max, geh, musst du nie auf den Gleichbaum wie ich. Ja. Was ist denn der Affe? Hey, der Ben hat echt einen Metzis. Ja, ich schiesse mal runter, vielleicht verlängst sie ab. Schade. Ich habe sie eben nicht gesehen. So wie alles. Ich habe sie auf dem Ausdach gesehen, aber gut. Haben sie nicht gehört? Ah ja. Ganz auf der anderen Seite der Stadt. Das ist nicht auf dem Ausdach. Ja. Ja. Woher sind sie denn gekommen? Ähm, S und bei mir ist einer. Mit einem RPG. Versteht sich. Ich sehe den Gegner bei S tatsächlich. Er geht wieder aufs Dach hoch. Ich habe ihn auch noch. Ah. Pass auf den Arbitzschiff. Wir sind hier im Lowground-Klipizieren. Wir haben wirklich ein heftiges Ziel. Oder ein Ziel. Ja, heftig. What? Seine Maid Puster hat jetzt eben auch noch. Ja, ist bei mir sein Maid. Ich habe doch gesagt, du schaffst es nur. Er ist wieder reingegangen. Du hast ihm noch nicht geglaubt. Er ist unten. Achtung. Du bist schon cool, Alter. Türe mit dem Zeug. Er ist im Tanzen? Nein. Ah, juhu. Wir haben doch kurz bezieht es mal. Nein, er hat ja nicht genau geglaubt, oder? Doch. He. Achtung. Er fressen. Doch. Hat er noch gelebt? Nein. Spidey Nugget. Sonst habe ich glaube, seine Revection ein bisschen anders gesehen. Ich habe 10 Zeine Minis. Darf ich eine? Ich brauche noch 10 Zeine Minis. Ich brauche noch 10 Zeine Minis. Genau. Du hast noch einen. Und du hast noch einen. Mit der Scheidness. Ah, es gibt sogar zwei. Und ich habe sogar noch ein Trampel. Ähm. Hat jemand... Explosivschuss. Kannst du mir einfach das geben. Da liegt noch einer. Aha. Ah. Hat er Niko gekannt. Da. Niko. Jungs, Jungs, Jungs. Ähm. Aber die waren alle nackt. Das heisst. Ja. Schön. Ja. 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 Da hinter dir. Niko. Niko, da hinter dir. Niko, da hinter dir. Niko, da hinter dir. Niko, da hinter dir. Niko. Das hätte jetzt echt nicht müssen sein, oder? Ah, ich habe keine HR, merke ich das. Ich bin respektvoll in der Welt dieser Sack bei. Ja, gehen wir einfach nicht dazu. Niko, das war meine. Versteht. Ja, ich habe jetzt extra. Ich habe ein Trample. Trample? Mhm. Weisst du, das ist ein Trapbeat. Mhm. Puh, Alter. Ja. Wie bei dir was war da? Uh, du hast es noch 100 Meter Platz gefunden, oder? Ich habe es schon mal im Blick am Abend gesehen. Ich habe es schon mal im Blick am Abend gesehen. Ich habe es schon mal im Blick am Abend gesehen, was es 54 ist. Jesus Christus. Aber dein Jungs und Scheiss. Das ist immer sehr lustig. Das sind halt so viele, die Dates suchen. Das ist nicht nur der Woche. Da war ein Hamster in einem Hamsterrad. Alter, weisst du noch ein Hamster? Haben wir das schon mal gefragt? Alte. Die Hamster in der Welt nicht mehr. Was? Haben wir uns schon mal gefragt, wie das Hamster in der Welt raus ist? Was? Haben wir uns schon mal gefragt, wie das Hamster in der Welt raus ist? Was? Wie das Scheiss ist. Nein. Nein. Ich bin der Ant in Österreich, Nico. Ich bin ja random. Alter, so ein Rand. Alter, was sie für Geräusche gemacht haben am Tisch, Mann. Sind die behindert? Hat sie nicht nur so ein Skurli gehabt? Doch, weil sie so komische Sachen geredet haben. Im Pullen, Alter. Oh, Mann, ey. Sie waren immer so Cringe. Ah, die haben so richtig über so notgeile Scheiss geredet. Oder? Ja. Ah, der Noah hätte gerne mit geredet. Was? Ah, der du. Oh. Wolltest du so auf etwas anspielen? Nein. Kiva? Kannst du, ich bin hier zu reden. Ja. Ja. Eher genommen. Ich bin ein Tor, Boss. Uh. Das liegt. Tschüssi. Ah. Können sie etwas? Anscheinend nicht. Einer Treppe, Gumpa. Es ist scheiss. Geht zum... Kangaroo-Feeds. Der Witz ist. Äh. Matze, den Weg musst du da. Gump mal. Er kommt drauf. Hörer Pussy, Alter. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will's mal. Aha. Ah, das ist gerade um Portaford gebaut worden. Darf ich auch? Oh, es legt. Drück dich! Nein, der Baum! No, wieso machst du nicht kaputt, er ist wirklich, eh? Noah? Du hast nämlich zwei Möbel-Einteile. Äh, also Noah, also wirklich. Maske, komm! Killeiii! Einer schnackt in den Portaford. Da Maske für dich. Guuuut! Der kommt schön, Jungs. Bauer! 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 Nein! Ich bin safe. Chill. Unner Noah, plappen. Ach so, zwei. Ich bin ganz gut. Ich habe keinen Shotgun, Jungs. Jungs, mir ist jetzt aufgefahren. Ich habe keinen Shotgun, Jungs. Aber wir unterschneiden. Nein, chill einfach. Ich möchte. Ah! Schön, Jungs. Chichi-ah! Sind die Rabalken gestoben? Ja, Mann. Die Rabalken sind... Das ist mein Lootiger! Das ist meine Waffe. Das ist meine Waffe. Das ist meine Waffe. Ich bin ein Rebelle. Dann bin ich zufällig. Maximal nicht. 400.000. Hat er etwas... Äh, Schockanemo? Ja. Da im Äftel. Hat er etwas Sniperemo? Achtung, das sind irgendwie noch Leute. Nein. Klar, und der Dung hat mich... Hast du Sniperemo, Nico? Wahrscheinlich schon. Ja. 6-9 sogar. Ich glaube, das ist... ... der Automattschule du kriegst. Also ich weiss nicht. Besser... Aha! Ich habe mich auch zuerst gedacht, aber dann ist er nur das Automattschule. Ah, weisst du was ist das? Wahrscheinlich das... ... mit dem Baumelrusschen kombiniert. Ja. Ja. Danke. Sehr gut. Hast du kein Problem wirklich? Weisst du, wie fährt das Tank war, weisst du? Das würde gute Wäsche geben als dich nicht. Aber weisst du, so etwas schätze ich einfach. Wieviel schätze ich? Alter, weisst du, ich esse hier einen Apfel und wenn ich da Cinderella bin, dann sterbe ich. Hallo? Cinderella... Das ist nicht Cinderella, Alter. Ist doch gleich. Ich. Es sind alles dergleichen. Das ist schwer heisse dumme Hau, Alter. Das ist Adam und Einfall. Nein, die andere. Hör doch, ich sehe Adam und Einfall. Wie hättest du wieder? Hänsel und Grittel? Nein, auch nicht. Schneewitzchen, Alter. Schneewitzchen, Alter. Schneewitzchen, Alter. Schneewitzchen. Garim. Deiss Nerds. Schneefritchen. Schneeschnitzchen. Schneewitzchen. Auf jeden Fall habe ich. Hallo? Finde ich eine Frechheitiger? Das wollte ich mal machen. Finde ich eine Frechheitiger? Ha! Verkackt. Ha! Oh! Juhu! Ich kann aber auch selber verschieben. Ähm, 150 nutzen. Ähm, ja. Welche richtig? Bö, 105. 105 oder 150? Ja, ich habe gehört. Ganz klar. Hey, hey! Hey, hey! Kann ich mit dem Champo, wenn wir mit dem Champo gehen? Ja, gehen wir mit dem Champo. Nein, nein, hey! Komm, nein, komm! Nein, das braucht es jetzt echt nicht. Sie haben doch die Fresse! Ich habe ja sonst nicht über den Feld mit dem Markvici, aber sonst... Ich drohe mich nicht mehr. Aber die sind am Feiten mit der Rechts, nicht? Nein, ich glaube nicht. Die haben schon Probleme mit den Linken. Alter, ich habe absolut nur... Ich meine, politisch gesehen, oder? 60 plus 40, etwa 100. Genau, 10 Sachen bauen. Das reicht. Aber es reicht, wenn wir die zahlen. Wenn wir die Homme in 7 finden. Ah, du Noah. Wichtig gesehen. Oh, das ist Noah! Der macht ja anderen Modus. Achtung, die anderen! Achtung! Achtung, zuhne! Ich muss das schon finish. Ich brauche ein Building Material. Der Noah ist die fetteste Legende. Ab für den Marano. Das ist doch fett. Aber okay, das ist keine Legende, vielleicht. Der erste ist übrigens zu 100x, die Ben. Wurr schlimm ein Game. Das ist die erste Mission nicht angemacht, oder? So, jetzt schon nichts bei mir! Ah, gut, komm! Okay. Ah, er finischt mich! Winko, winko, winko! Nein, oben, neun, oben, neun! Jetzt sind noch zwei. Oben, jetzt neun, oben, jetzt neun! Ich glaube, er schiesst auf deine Wand. Hast du das gehört? Er kommt zum Noah. Er kommt zum Noah um die Tore. Aha! Er hat es geschaltet. Was? Du musst doch nicht aufpassen. Was? Was? Wir haben drei. Ja, eigentlich ist das nicht mehr zu gehen. Oh, da ist der Alkohol! Was? Er hat es noch gesetzt? Ich habe gewonnen! Klar, Alter! Let's go, Jungs, Alter! Was, so lange? Ich habe mich für den Win. Ich habe gespart. Was? Ich habe mich für den Win. Ich habe mich für den Win. Das letzte Mal, wo ich noch drauf geschaut habe, er hat noch zehn geklappt. Winning to select us. Hey Jungs, darf ich einfach? Applaus, Applaus! Für deine Worte! Ähm. Scheine verrecken und euch zuschauen. Klar. Merci. Wir müssen jetzt aber leider Gottes Jungs 3-Score spielen. Ist dann doch so halb. Nein, das spielst du aus. Was möchte ich machen, Ben? Ah, ich bin keine Lust, Ben.